jetzt bin ich auch voll durchgeknallt oder was du hast es tatsächlich geschafft na klar ich hab die magischen blubbelhändel nein vorsicht hab gepupst wer seid ihr denn hallo wie geht es denn so warum haben die jetzt hier eine heilung drauf also ich bin fernkampfer sie ist dienst das ist das das ist das so eigentlich macht so sinn so ungefähr macht die konstellation sind okay ruhe angriff Okay, ich rufe sie erst mal an. Boah, sieht perfekt aus, oder? Dann kommst du und heizt sie. Guck mal, so kriegt die Heilung... Na gut, ne, geht auf uns beide. Perfekt. Hat mir Grund, dass sie Schaden hat, aber gut. Na gut, da hinten gibt es auch zwei Ferienkämpfer. Kriegst du Teil in irgendwas? Sieht gar nicht, dass sie Schaden hat. Boah, weg sind so. Perfekt. Was für ein Schock. Was für ein Schock. Etwas ist gerade vom hörenden Altar gefallen. Ich wollte gerade Würfel sagen. Nee, weil ich schon die Würfel gelesen hatte. Ähm, warte mal kurz. Ist das ein Würfel? Okay. Mal gucken. Das scheint der legendäre Würfel zu sein. Der Seelen beschwört. Probiere ich ihn doch mal aus. Ja klar. Ah, guck mal hier. Oing. Ja, hier. Beschwören eins, beschwören fünf. Ich war, dass ich fünf kann. Spaß. Wöhnlich. Stammeskrieger. Kann, glaube ich, auch heilen. Selbstheilung. Okay. Äh, fliegende Haxt. Als ich hier ankam. Dann noch. Kampfrausch. Passive Fähigkeit. 15% Angriff erhöht. Okay. Wie gut's. Oder sowas. Okay. Beschwören wir mal den zweiten. Welten. Iskalant. Krieger. Beric. Verteidigung. Zwerg. Richt schaffen. Gut. Hört an. Oh, Käpt'n. Käpt'n war Käpt'n. Erhöhlt die LP aller Verbündeten in Verlies-Kämpfen. Oha. Das sieht sehr nach Raid aus. Ähm. Clanschutz. Verteidigung erhöht. Eins. Dranana. Erhöhlt alle Zeit. Nee. Erholt über Zeit. Geld-EP über die Zeit wieder her. Interessant. Angriffsstaffel. Angriffsstaffel. Er zählt Angriff um 50%. Ich glaub, er senkt die, äh, Dings. Heißener Schaden. Chance, ob sie es mit einem Angriff. Ja. Hat eine Chance von 40% den erlittenen Schaden bei einem Treffer um 50% zu reduzieren. Okay, cool. Er reduziert sich selbst. Wann ist das andere irgendwie? Nee, nee. Geil. Das ist nämlich auch wie bei, ähm, Genschen oder, Genschen, sag ich mal, nee, Quatsch. Äh, wie bei, ähm, Raid oder Awaken, Chaos Arrow, Raid, äh, Shadow Legion, Legions. Ähm, mit den roten Angriffs-Dings und mit dem blauen für sich selbst. Das ist wunderbar, dass sie es hier auch eingebaut haben. Fremd beschwören. Fremd beschwören. Ich schwör. Nicht genügend Sternlichtsteinwürfel. Mehr im Depot. Nee. Nee, lass mal. Lass mal. Ja, ja, warte mal, warte mal, muss ich schwören. Ein, einmal, fünf, fünfmal, ja. Kaufen. Produktinformation. Produktinformation. Bitte was? Ein, die, wi, 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 wi. Also es gibt, äh, ja, unterschieden zwei. Okay. Details. Na? Und, äh, ach guck mal, hier oben sieht man auch so Dinge. Und den haben wir auch schon einige. Nee, die brauchen wir wahrscheinlich später. Ja, okay. Aber es ist schon nice gemacht hier. Erstaunlich. Absolut unglaublich. Yippie ajo, ein Heureka. Also, ist das die Person, die du gesucht hast? Wer jetzt? Wer ist die Person? Oh nein, leider nicht. Doch, schade. Uiuiui. Dennoch, du hast mir Hoffnung gegeben, Neuling. Du weißt, dass nicht jeder heldinhafte Seelen herbeirufen kann, um für ihn zu kämpfen, oder? Was soll ich denn wissen? Ich habe immer noch keine Ahnung, wie du das machst, aber du bist offensichtlich mit einer besonderen Kraft ausgestattet. Ja, die Kraft des Chaoses. Und wenn ich bei dir bleibe, wirst du vielleicht eines Tages die Person herbeirufen, die ich mir schon seit Langem an meiner Seite wünsche. Okay. Ich werde dich begleiten und mich deinem Kampf anschließen, Neuling. Ja, geht doch. Jetzt reden aber zwei. Bin ich was nicht? Äh, Kanalisierer. Gulul. Die, äh, doch, Gulal. Boah, das ist, äh, boah, der Name ist toll. Äh, Unterstützung. Frostroll. Neutral. Neutral zu was? Äh, Geistbeschwörung. Geier. Basisangriff. Körpersch... Nicht einen Schaden zu. Okay, der kann Geier beschwören. Beteilte Animosität. Kälte Schaden. Aber auch nur auch alt, ne? Ein bisschen weird zu lesen. Das scheint größer zu sein. Reduziert Angriff um 25%. Schnee... Bergjäger. Okay. Fortfahren. Das war... Ne, das hier, ne? Bewertung und so ein Kram. Keine Ahnung. Von dem Vieh oder... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, den haben wir schon mal abgeholt. Das ist... Achso. Ach, guck mal, da ging es noch weiter. Andererseits denke ich, das ist ein Willkommensgeschenk. Ich bin... Ich bin...